Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fabledong. Heute ist nach meiner Zeitrechnung die Early Excess erschienen und es ist ein recht nettes Aufbauspiel, finde ich zumindest. Ich habe es jetzt bei anderen gesehen, die hatten die Chance oder die Ehre schon ein bisschen früher das zu zeigen und mir hat es gefallen. Ja, das ist immer hier unser Freund anscheinend, der hier seine Bemerkungen macht oder auch mal was singt, aber ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein ins Spiel oder am Anfang natürlich erst einmal, schauen wir uns erst mal die Karte an. Es ist jetzt so, man kann das jetzt einfach so übernehmen, normal spielen oder kreativ, dann ist bereits alles freigeschaltet. Wir wollen natürlich hier normal spielen, würde ich einmal sagen und man kann auch seinen eigenen Seed hier eingeben oder einfach mal was anderes ausprobieren, bis es einem passt. Und da könnte man natürlich jetzt einmal hier Trinkur nehmen. Reichsgröße mittel, Berge wenig, Wald dünn, ok. Wald normal, Reichsgröße groß, Berge viele, ich will ja nicht viele Berge haben. Dann machen wir es so, hier in Drehbarnoer. Ich bin ein Prinz, suche eine Prinzessin. Natürlich geben wir unseren Namen ein. Ist ganz klar. Und da fangen wir auch schon an. Ich würde sagen, das passt so. So, fangen wir hier unten an und können uns vielleicht dann hier ausbreiten. Wie gesagt, ich habe nicht die großartige Ahnung. Wir sind jetzt in Drehbarnoer. Können wir das anpassen? Ja, wie würde man jetzt das noch benennen? Vielleicht sagen wir hier Germanien. Ich weiß nicht, warum es hier so drehbar war. Ich gebe es ja mal in Drehbarnoer. Dann fangen wir nochmal ein. Vielleicht bleibt es dann, wenn man startet. Und sonst heißt es halt Drehbarnoer. Das passt dann schon. Drehbarnoer. Drehbarnoer. Send forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees. Fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess. You discover, conquer, daring do. Remember, friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, tis an art. But don't neglect your spirit's heart. Through love or war, these lands ignited shall ever after be united. Now go, be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. So is es. Jawohl, das Reich wird vorbereitet. Und dann werden wir mal sehen, was das Neues zu uns beschert. Und wie es denn hier so funktioniert in Fabledome. Da würde ich sagen, genau. Kapitel 1, ein Neuanfang. Okay. Jetzt haben wir wie so ein kleines Tutorial. Also WASD, dann Mausrad. Dann können wir das hier ein bisschen drehen mit Maustaste. Und beanspruchen gleich unsere ersten 10 Gold. Okay. Das nächste Ziel ist dann, 5 Schotterstraßen zu bauen, eine Arbeiterhütte und einen Arbeiter zuweisen. Hier können wir Straßen bauen. Eine Schotterstraße kostet 2. Okay. Da kommt sehr schön das Tutorial. Farblinge, Farblinge, Farblinge werden immer versuchen, den Straßen zu folgen, so gut es geht. Die Verbindung von Straßen mit den blauen Pfeilanzeigen hilft bei der Orientierung. Okay. Dann gehen wir mal raus. Dann würde ich hier sagen, dann wären wir hier mal. Jetzt gleich einmal ein bisschen mehr. Okay. Oh. Ich wollte ja mit Escape hier wieder raus, aber dann kommt man gleich ins Menü. Und hier gleich natürlich eine Arbeiterhütte basteln. Machen wir hier gleich. Ein Arbeitsplatz benötigt Farblinge oder Feblinge, um so funktionieren könnt ihr Feblinge zuweisen, indem ihr den verfügbaren Platz mit Plus, Plus oder Arbeiter verwalten klickt. Okay. Und schon erhalten wir wieder 10. Dann haben wir hier ja, schauen wir, 464, 474. So. Das ist jetzt eine Arbeiterhütte. Und das ist ein Geheft. Dies ist die erste Wohnungsstufe, perfekt für die ländliche Gegend. Das machen wir weg. Hier wird ein Familienoberhaupt benötigt, damit alles glatt läuft. Okay. Das ist Holz, Steine, Gemüse. Baut ein Geheft. Okay. Einige Gebäude verfügen über Fundamente und Erweiterungen. Nachdem ihr das Geheft platziert habt, haltet und zieht, um auch das Fundament zu platzieren. Erweiterungen werden automatisch platziert. Diese Funktion kann aber auch deaktiviert werden, wenn ihr sie selbst platzieren möchtet. Ja, würde ich mal sagen, das machen wir doch hier gleich daneben. Okay. Okay. Und hier. Ah. Alles klar, würde ich mal sagen, das passt mir jetzt so. Und lassen wir bauen für 51. Schauen wir hier oben. Ah. Okay. Jawoll. Gehen wir ein bisschen näher ran und beobachten die Aktion. Tragen fünf Holz. Was ist das hier? Wäscheleine. Ok, müsst ihr nur noch ein Familienoberhaupt ernennen und hier ist anscheinend so, dass der automatisch schon hier automatisch schon ernannt wurde. Ok, da kann man die Erweiterungen hinten den Garten praktisch wieder umbasteln. Ok, passt anscheinend. Ok, das wären die Sachen die neu sind. Da holen wir uns die 10. Bereitet euch auf Neuankömmlinge vor, baut einen Brunnen und nochmal zwei Gehöfte. Ok. Ah, da sieht man, dass der ein gewisses Einzugsbereich hat. Ja, würde ich mal sagen in die Mitte. Manche Gebäude sind auf Erhaltung angewiesen. Über Münzsymbolen, oberen Bildschirmrand könnt ihr sehen, wann die nächste Zahlung fällig ist. In 1 Tagen. Also wann ist 12 Steuern. So, jetzt sollen wir nochmal zwei Gehöfte bauen. So, was haben wir hier auch? Ein Hundezwinger und was ist das hier? Ein Bienenstock. Machen wir noch was anderes. Was gibt es sonst noch alles? Kleiner Hühnerstall. Da machen wir mal mit Bienen und Hühnerstall. Und dann sollen wir ja noch eins bauen. Das machen wir hierher. Ja, aber wir sollen ja Gehöfte bauen. Baum ist gut. Jo, dann machen wir doch das so. Sehr schön. Hühnerstock. Und jetzt kommt hier der kleine Hühnerstall. Ja, das ist ja wirklich toll. Das gefällt mir. Ja, welcome. Schließen wir das mal. Alle 10 Tage werden Besucher an eure Grenzen kommen, wenn euer Königreich attraktiv erscheint. Ihr müsst entscheiden, wenn ihr einreisen lassen wollt. Jawohl, die dürfen gern kommen. Und die sind jetzt hier. Und wir bekommen ja wieder Gold. Und wir bekommen ja wieder Gold. Einer. Wahrscheinlich erst, wenn der Garten auch komplett fertig ist. Okay. Natürlich haben wir die Leute nicht. Können wir jetzt einmal eine Straße bauen. Okay, prima. Jawohl. Unsere ersten. Ey, was ist jetzt das hier? Okay. Also praktisch das ist das Gebäude von einem Arbeiter. Gut, im Moment brauchen wir anscheinend bloß einen Arbeiter. So weiter. Dann ist das in Ordnung. Holzfelderlager. Dekorationen. Bahnhof. Sammel, Gemüse, Weizen. Beschäftigt drei Landsmänner. Oder. So. Dann wo stellen wir den Bahnhof hin? Ich würde sagen einfach einmal. Oder hier. Ist ja egal. Oh, brauchen wir noch mehr? Brauchen wir immer noch mehr? Jetzt haben wir es. Okay, die brauchen hier 20 Holz. 10 sind schon da. Machen wir das mal zu. So, jetzt schauen wir mal Zufriedenheit. 6 Leute haben wir und für 3 haben wir noch Platz. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, und hier soll man einzuweisen. Okay, da bekommen wir 25. Da muss ich jetzt mal schauen. Wie ist es denn hier? Screenshot-Menü. Dann brauchen wir doch natürlich mal ein Screenshot. Oder mehrere. Okay. Okay. So, dann brauchen wir ein Holzfelderlager. Da schauen wir jetzt mal. Holzfelderlager. Okay. Okay. Genau, da werden wir jetzt vielleicht die Straße hier noch ein bisschen hinterziehen. Und kostet natürlich auch wieder. Okay. Okay, da habe ich jetzt da drauf geklickt. Pflanzenkürbis. Gehöft. Hier gibt es noch Dekorationen. Da gehen wir mal komplett drüber, damit das Ausrufezeichen weg ist. Und jetzt müssen wir natürlich hier auch ein Zuweisen. Sehr schön. So, schauen wir mal, wo wird hier gefehlt. Auch da. Und zwei Besucher. Genau. Jetzt haben wir nur mehr einen Platz frei. Dekorationen sollen wir noch basteln. Kleiner Blumentopf. Okay. Sehr schön. Dann ein Busch. Öffentliches Plumpsklo. Ah, okay. Mit R kann man drehen. Jetzt bekommen wir 20. Und dann würde ich einmal sagen, da wir ja noch Geld haben, werden wir hier gleich nochmal ein Geheft hier her basteln. Und lassen das einfach hier immer so zufällig. Und lassen das einfach hier immer so zufällig. Das ist ein Symbol am oberen Rand des Bildschirms, wann der erreicht werden kann. Okay, habe ich schon gesehen. Sieben Leute, äh sieben Tage und bei zehn Leute bekommen wir den nächsten Meilenstein. Jawohl, sehr schön. Ja wunderbar. Also mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Und damit ist die erste Folge hier auch schon wieder rum. Mit der Leertaste kann man auch pausieren. Wunderbar. Genauso wie man sich das wünscht. Jetzt müssen wir mal hier oben klicken auf Feedback. Okay. Alles klar. Screenshot ist klar. Da kommen wir wieder ins Menü. Zufriedenheit 62. Acht Leute haben wir. Können maximal zwölf haben aktuell. Das sind unsere Münzen. Das ist die Zeit. Jahr eins wahrscheinlich. Frühling. Wir haben 135 Holz. 40 Steine. Und 90 Gemüse. Und hoffen wir mal. Gehen wir mal hier her. Dass die natürlich jetzt weiterhin anpflanzen. Arbeitet in einem angenehmen Tempo. Sehr schön. Okay. Alles klar dann. Danke sehr fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.